Ja, das wäre ein Witz. Uuuuh! Lötter, Imposter, Imposter, Forster... Und wir gehen direkt und killen... Wen? Richtig. Ne, 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 Digga. So nett. So. Dann machen wir die Tasks. Dann kommt der Wirring. Dann kommt das. Dann kommt das. Dann kommt das. Mauer 2. 1. 2. 2. Okay, ich, äh... Rebecca und Blaue... Was? Scheiße. Was? Was? Wer kann es jetzt nicht gewesen sein? Äh, Rebecca, ich und, ähm... erion warst du mit in ja ich war dann ich habe auch gesagt ja gut ja sich dann kann man macht das scheiß ding und ich habe auf jeden fall ich nur sagen dass ich glaube dass und doch irgendwie fahrers ist ja oder immer dings auto geht an er läuft nach rechts rüber auf einmal von links und ich glaube ich glaube ich habe das gleiche da halt denken ich bin ich bin aus electrical raus das müssten zwei gesehen haben zwei leute sind rebecca und wer ich von der lektion kann man überhaupt nicht bis darüber wenden von der lektion kann man nur zu security und hat jemand die andere ich glaube dass in security darüber gewendet ist und dann hat der autoren gemacht und das nach rechts gelaufen also wenn das stimmt da dann bist du da bin ich einfach schorlock holmes und der jungen aber warum ich weiß nicht wir wissen wir wissen wir wissen gar nicht wir wissen gar nicht wenn jungstag gestorben ist also vorhin war jemand in camps okay ich glaube dann ist es geil oder wer hat alles schon seine karten tats gemacht machen was man so ich auch da ist dann müsste mich einfach schön bekommst man rein ist wer ja okay hallo ist erion ok wo warten wir jetzt wir reden jetzt auch noch über leo bitte auch noch wo liegt er war ich war gar nicht rechts keine tastung war gar nicht rechts das heißt du warst auf der linken seite ja mitte und linke seite ja dann könntest du ja theoretisch auch für den kill in security zuständig sein ja aber ich war auch noch nicht links ich war erst admin und dann elektrik wie du warst noch nicht links ich bin gerade mit jacobina und fahrer seien admin pult wir drei wir drei sind für den einen kill raus über die stauber und erion im auge behalten ich war nicht links du hast gesagt du warst links jetzt warst nicht links ich habe tars links du meinst du warst noch eine lecker folge ich habe hier zwei storage drei appen ich halte mich jetzt mal ein bisschen billig für den kill 3 1 9 5 7 auch mal ein bisschen einfach mal ein bisschen 3 2 4 5 4 4 5 9 5 5 5 6 5 4 4 hier ist immer noch einer in den Camps Mad Bay Aerion ist in den Ding geblieben ich mach Simon Says 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 3 4 5 der Bobina geht hoch jetzt hol ich mir ein Alibi von jemandem rechts Elektrik oben, mir hat das Licht an gemacht ich hab zum Schluss Rebekka und ich wir sind aber noch einer raus wer ist Rebekka und ich Rebekka und Fox blau und braun wir laufen die ganze Zeit schon zusammen rum und ihr habt das Licht jetzt gemacht einmal einmal ganz 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 verdächtig mir erzählt in der gelaufen wo die Türen geschlossen waren wer? Vincent Farasee ok ich bin kurz hoch habe gesehen dass sofort die Türen zu sind und die Leiche ist die Leiche ist Elektrik aber er könnte auch gewendet sein und was mich auch frage ich bin nach unten ich bin euch hinterher ich habe euch der Imposter ich bin dann oben rein hab das mit dem Schiff gemacht wo du das gerade richten musst und dann musste ich nach unten das auch machen da habe ich euch zu Elektrik gesehen ich bin euch nämlich einfangs hinterher gelaufen dachte mir dann ok da laufen jetzt schon zwei hin zum Licht an machen dann kann ich unten die Task machen und dann dachte ich mir ok jetzt guckst du doch einfach mal Elektrik nochmal rein und da liegt Aerion viel Spaß wir haben halt nicht geguckt so ne wir haben Licht frei und raus wir sind rein ich hab das Licht gefickt und dann sind wir wieder raus weil ich hab noch Task auf der andere Seite und da wollte ich jetzt in einer war noch Camps oben drin wer war das? ich war ne Weile lang Camps hab dann Reaktor noch mit Quest gemacht diese komische wo man die gleichen Sachen machen muss so Gauda wo warst du zum Schluss? ich bin jetzt gerade in Navigation und hab die Task gemacht ich hab äh bin von über Weapons Cafeteria und war am Admin Panel und hab halt äh da gesehen dass äh zwei ich hab vorhin auch noch die Task machen sehen ähm bei Reaktor yes I'm Sass dann Sky aber das war ganz am Anfang das war ganz am Anfang winz 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 wir haben noch keinen einzigsten rausgevotet ja ich weiß Reaktor und ich sind jetzt keine Imposter oder äh dich rausgevotet wir sind nein wir sind keine Imposter warum wenn ihr beide wenn ihr beide Imposter seid und euch beide deckt ja aber wir sind ganze zusammen wir haben nicht eine gleiche gesehen ja das ist ja das Problem wir müssen davon ausgehen dass noch zwei Imposter da sind mhm Gauda das ist ja dein Alibi mhm du bist es nämlich weil ich und Rebekka sind es nicht warte 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 ja was ist wenn ihr beide Imposter seid oder ein Imposter mit euch ist und der den deckt wie kann das sein? entweder ihr seid beide Imposter weil Fox ich weiß ganz genau dass wenn du Licht an machst du guckst einmal hoch ich kenn dich und wenn du sagst ich bin weggelaufen also das ist der mich hinterher ich bin direkt dabei ich hab kein Bock alleine dazu steht auch grad so extrem verdächtig weil die die Schuld auf mich schieben wollte ich glaub auch Fox ich bin jetzt nicht ich sag es ist Gauda bei Gauda oh wenn nicht bin ich jetzt komplett weg also was wenn das jetzt nicht ist Jakob ist gewendet von oben mein Lennart ich bin nicht gewendet ne aber ich hab trotzdem gewonnen ich sag doch es ist Gauda ich sag doch es ist Gauda es ist genau geklärt was er gesagt hat er hat gerade eben noch komplett gegen Gauda geschossen es muss Gauda sein ich hab genau gewusst was er gemacht hat ne ne du hast nicht richtig gedacht ich bin direkt zu Beginn ich bin in der ersten Sekunde nach links und hab Jumpster gekillt und bin komplett außen rum weg ich bin nicht gewendet ich bin auch nicht gewendet ich hab aber Jan oben bei Reaktor noch Gauda bist du zu Elektriky gewendet? der hat so runtergelaufen ne bin ich nicht ich bin gelaufen Gauda hat gerade eben schwarz gekillt und ist dann in den Wind gehüpft in Elektriky ja jetzt am Ende aber Gauda ich bin zu sauer warum warum was meinst du was ich bin die Runde fängt grad an Gauda und ich wusste es einfach es war in Camps oder es war in Camps ja direkt vor den Camps ich wusste es sogar ich bin so gut ich hab dir zwei ich hab dir zwei Wins gegeben Alter was bist denn du für ein Assi Junge ihr hättet nicht ich hab dir zwei Wins gegeben Gauda zwei Stück und okay und ich wollte den dritten auch noch haben also musstest du raus Leute ihr wusstet doch ihr wusstet mach mal Anführer ihr wusstet doch dass ich mit Gauda und Farah schon öfter gezockt hab und auch Farah sagte killt mich immer zuerst was mach ich gesagt was hab ich gesagt yo was geht dir an ich hab halt ich hab halt ich hab halt gesagt killt mich zuerst ich mein ganz 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 vorhin also ganz am Anfang ich hab halt gedacht und der geht direkt du bist in meinem Anzug drin weißt du weißt Jumpster geht direkt zu den Camps und ich so ne nicht diesmal ich wollte was anderes machen und die alle alle anderen sind nach rechts und keiner hat mich gesehen und dann hab ich gedacht also auf geht killt kuldern vielleicht 50